So, hallo, herzlich willkommen zurück, so rüsch, meine ich, und herzlich willkommen beim 50. Part. Ich hoffe, ja, das hat euch gefallen, gerade eben, ja, für alle, die es wissen wollen, es war nicht wirklich schwierig, sowas zu machen, besonders wenn man hier noch in der 1.0 ist, obwohl die 1.1 schon lange draußen ist, seit gestern, um genau zu sein, oh, schon voll lange, ah, da sind noch mehr. Scheiße, oh, so, ähm, haben wir hier Zuckerrohren, nein, gerade nicht, abzubauen, fuck, achso, da, wo ist denn da was? Ja, also, ähm, äh, es wäre ganz hilfreich, wenn ihr mir jetzt dann nochmal sagen würdet, was ihr von der Minimap halten würdet, äh, halten, tut und tut. Scheiße, wo habe ich denn hier das Loch, da habe ich das Loch. So. Ähm, genau, und. Hä? Hier ist doch nichts. Okay, hier ist irgendwo ein Monster unter mir drunter, hier ungefähr, keine Ahnung. Naja, auf jeden Fall, ob, äh, also ihr solltet mir sagen, ob ich die Animals und so anlassen kann oder ob ich die lieber jetzt ausschalten sollte, weil ihr das zu cheatig findet, äh, weil ich habe jetzt heute in der Schule mich nochmal so ein klein wenig darüber unterhalten. Und manche haben gesagt, äh, ja, es wäre halt voll cheating, bla bla bla, und bezüglich der Schafe, ähm, hier also in meinem Gehege. Ich werde es jetzt wahrscheinlich nicht so machen, dass, äh, ich das so mache, dass, ähm, äh, es wächst zwar Wolle nach, aber ich sag, es darf, es dürfen immer nur zwei in diesem Gehege leben. Ähm, Tierschutzgesetze, ja, meine eigenen, und, äh, das ist jetzt halt einfach so, und, äh, hier dürfen halt, dann muss halt immer ein sterben, weil ist halt praktisch auch so eine kleine EP-Farm. Gell, kleines Schaf, springst du gleich. Und das nickt. Hehe, das ist geil. Das ist, das ist richtig cool. Hey, das soll wieder springen und du sollst ihm wieder nicken. Dann kann ich immer, aber wenn ich irgendwas will, dann kann ich immer, ja, schaut, das Schaf hat Ja gesagt, sagen. So, gehen wir hier einfach mal wieder durch. Genau, ich hab, äh, die Kommentare vom letzten Part noch nicht gelesen, aber ich hoffe, äh, ihr habt fleißig kommentiert und habt vielleicht auch schon, äh, das Strandhaus mir schon gepostet. Ich weiß es noch nicht, ich war noch nicht wieder im Internet. Das mach ich erst gleich, nachdem ich diesen Part gerendert hab. Und das wird dann heißen, äh, dass, wenn ich den jetzt dann noch nicht hab, dann, äh, werde ich mich, äh, dann nochmal versuchen hinzusetzen und mir wirklich einen eigenen Plan zu machen. Weil, das ist ja auch irgendwie scheiße, wenn ihr jetzt die ganze Zeit darauf wartet, wie ich mein Haus da baue. Also, aber ich bitte euch darum, wirklich, äh, wenn möglich, dann, äh, solltet ihr das machen, denn ich will euch ja mit einbeziehen. Oh, geil, da ist Eisen. Hey, warum liegt hier einfach so Eisen? Achso. Ach, geil. Oh, noch besser. Ach, ich bin so schlecht. Oh, Druckler. Oh, Döcke. Geht doch. So. Mein Eisen, mein Eisen, mein Eisen. Mein, 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 mein. Okay, das nervt wahrscheinlich. Ich weiß ja nicht, wie es ist. So, als, 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 als Zuschauer von mir selbst. Oh, das wäre interessant mal, wenn ich... Was hat da geschwommen? Also, äh, um meinen Satz zu beenden, es wäre mal ganz schön interessant, mein eigener... Oh, cool. Mein eigener Zuschauer zu sein, also, dass ich von mir im ganzen Projekt praktisch jeden Part auch mit anschaue, genauso wie ihr. Das, das glaube ich, mache ich mal. Aber bei irgendeinem anderen, also... Äh, wartet darauf jetzt noch nicht. Das kann noch lange dauern. Wenn ich das dann überhaupt hinkriege. So ein Fehler, wie ich bin. Aber das ist wahrscheinlich schon interessant, das sollte man mal öfter machen. Also, als Projekt so. Damit meine ich jetzt auch die großen YouTuber halt. Also, YouTuber, was meine ich? Äh, Let's Player. So habe ich das gemeint. Also, das war eine Ansage für all die Let's Player. Who's? Und, wo steht die Sonne? Oh, wir sollten uns dann langsam mal zurückbegeben. Ähm, wo war denn eigentlich der Spawn Point? Fick dich. Ähm, ja. Das weiß ich schon gar nicht mehr. Doch, das war ein Wald. War das der Wald? Keine Ahnung. Nein, der ist zu klein. Dafür. Auf jeden. So, ähm, dann haben wir hier schon wieder voll gelabert. Äh, und ich hoffe, ich, ich überlebe noch länger als, also das Doppelte von der Partanzahl, die wir bis jetzt haben. Ähm, und, äh, freue mich schon auf die nächsten 50 Parts, wenn's die nächsten 50 Parts gibt. Also, ähm, ich, ich mache ja immer schön Backups, äh, von dieser Welt. Und, dann, äh, praktisch, äh, falls ich irgendwann mal sterbe, müsstet ihr mir dann auch sagen, ob ich, äh, dann das Backup noch weiterspielen soll, als, ähm, normale, wer, also als normales. So, du hast ihn so. Wie hat der andere ihn? Warte, wer war jetzt Fiffi? Das war Fiffi, gell? Ja, hallo, Fiffi. Ja, du zeig mal deinen Schwanz. Den hast du auch noch so weit oben. Gehen wir erstmal schlafen. Dum, 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 dum. Oh, Schafis. Kann ich jetzt eigentlich farm gehen? Also, nicht farmen, nach, äh, Zeug, äh, sammeln. Na doch, tu ich ja hier auch. Okay, sie sind weg. Nein. Och, Mann. Da, ich stirb, da, ich stirb, da, ich stirb. So. So. Oh, yeah. Ghetto. Ist das nicht. Mess ab. Mess ab. Keine Ahnung, was das heißt. Und, äh, genau, bei der 1.1, äh, zu Golden Apple, da steht Recipe. Also, ich schreibe es hier mal eben hin. Re, also, ähm, Recipe. Also, wer weiß, was das heißt, äh, könntest du mir ja eben schnell in die Kommentare auch noch mitposten. Was wollte ich machen, was wollte ich hier hin? Äh, okay. Okay. Okay, das musste ich irgendwie gerade lassen. Das war gerade so schön. Das hatte gerade so ein schönes Filling. Frau. Jam, jam, jam. Nom, nom. Nom, nom. Na, weißt du was? Der Maul ist halt nicht rum. So, und, äh, was ich dann auch noch machen könnte. So, äh, was? Ach, ja, da bin ich ja jetzt schon so gut wie fertig, glaube ich, mit dem Pfad. Ähm, und... Ich lege das hier nur mal so bereit, nicht, dass ihr glaubt, dass Schweinefleisch brennen würde. Nein, nur Kohle brennt. Du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du Ich schaue es mir an. Ja, doch, sollte klappen. Warum aber eigentlich immer nur 8? Keine Ahnung, weil es passt. Nein. Ja, das muss ja jetzt so lang gezogen sein. Boah, wieso drücke ich die ganze Zeit auf Q? Oh, ich kann hier doch nichts droppen. Merkst du doch mal. Oh, gewachsen. Äh. Oh. Und stimmt. Ich wollte ja... mir, äh... Stimmt, warte mal. Wo habe ich den denn hin? Ausrüstung. Dann mache ich hier noch mal kurz was. So viel Zeit ist doch noch, oder? Ja, passt noch locker in die Folge rein. Ja, ich glaube, ihr habt es schon teilweise erraten. Die anderen haben es... Einige haben es jetzt wahrscheinlich falsch geraten. Die anderen haben es richtig geraten. Hö, ich hole mir Lava. Lava. Alter. Sieh mal, voll kacke. Nächstes Lied. Ja, das geht. Boah, das erinnert mich so an... anderes Lied. Ist echt krank, wie sehr. Wow. Haha. Ich habe Lava. Ich habe Lava. Mr. Lava Boy. So, und wenn ich das jetzt richtig mitbekommen habe... Geht es dir seit neuestem auch, also seit der 1.0, dass du dir eine unendliche Lavaquelle machst. Also, das wäre schon cool. Dafür gehe ich jetzt aber erstmal hier ganz weit runter. Um es mir hier zu machen. Hehe. Machen. Hehe. Er hat machen gesagt. Hehe. So, so, so. Noch ein zweiter hinter... Oh. Ähm, so. So. Dafür muss jetzt einfach noch Zeit sein. Ansonsten wird es halt ein etwas längerer Part. Der geht jetzt schon... gute 15 Minuten. Dann ist er halt nicht so kurz wie die anderen einmal. Low Forest. Oh. Oh, das schmeckt aber gut. Meines Erachtens nach dürfte da jetzt sogar... Ja. Ist sogar noch. Aber... Toll! Was hat das denn für einen Sinn? Dass da immer noch Lava ist. Ganz ehrlich... Keinen. Dann kannst du es ja genauso gut zubauen. Wenn der... Wenn da keine Lava mehr kommt. Die du abbauen kannst. Also, mitnehmen kannst abbauen. Seit wann kann man Lava abbauen? Wie komme ich jetzt auf so eine Scheiße? Ist mir zu dunkel. Ähm. Oh, ich dachte schon, das wäre mein Schwert. Der, 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 der. Also, ich meine, so ein paar Lieder aus der alten Playlist habe ich jetzt doch drin gelassen. Einfach aus dem Grund, äh, dass sie doch, äh, anhörbar sind, sage ich jetzt mal. So, und... Boah, scheiße, erschrocken. Dann sage ich jetzt hier, ciao, bis zum nächsten Mal und... Ja. Freut euch. Uff, ich hoffe, wir können uns auf die nächsten 50 freuen. Ich sag tschüss, äh, kommentiert fleißig und... Ja, 50 Zapat ist vorbei. Tschö.